einen schönen guten morgen und herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate die aktie der first citizens bank ist gestern in die höhe geschnellt das lag daran dass die bank angekündigt hat dass sie einen großteil der vermögenswerte der silicon valley bank übernehmen wird also die bank die vor kurzem pleite gegangen ist schauen wir uns mal die marktreaktion an den risiko und weil es gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber zum chart der first citizens bank und hier sehen wir mal den kräftigen kursanstieg bei der gestrigen sitzung ein plus von deutlich über 50 prozent und die aktie läuft jetzt in den bereich rein der vor allem durch die rekordhochs markiert wird bei anderen banken gibt es ebenfalls positive reaktionen aber dann doch nicht so deutlich wie bei der citizen bank die ubs versucht sich weiter zu stabilisieren es gab ja in der vorwoche eine reaktion auf die unterstützungszone aus dem jahr 2022 und versucht jetzt über die 50 wochen linie zurückzukehren die kommerz bank konnte den gleitenden durchschnitt bereits erfolgreich verteidigen in der vorwoche und versucht sich auch ja wieder etwas weiter nach oben zu kämpfen bei der deutschen bank gab es zwar auch eine reaktion auf einen wichtigen unterstützungsbereich aber es gibt eben hier technisch gesehen deutlich mehr aufzuholen da der abstand zur 50 wochen linie immer noch über zehn prozent beträgt gehen wir noch mal rüber zu den anleihen und zwar für die zehnjährigen papiere aus den usa die t note und da sehen wir dass die preise in dieser woche fallen und das bedeutet dass die anleiherenditen wieder steigen schlecht für den goldpreis unter anderem was wir aber auch sehen ist dass die zu erwartende volatilität für den s&p 500 weiter zurückgeht das zeigt uns der volatilitätsindex und das ist ein signal dafür dass sich die lage möglicherweise weiter zu beruhigen scheint zumindest läuft der index jetzt wieder in die richtung des neutralen preis im jahr um die 20er marke die aufwärtsbewegung beim s&p 500 die hat gestern an dynamik verloren bedeutet aber nicht dass die bullen kurzfristig die kontrolle wieder abgeben möglicherweise könnte es hier nochmal einen test geben und zwar des märzhochs euro dollar ist wiederum über die 108 der marke zurückgekehrt nachdem es ja in der vorwoche einige gewinnabgaben gab aber der aufwärtstrend bleibt nach wie vor intakt das gerne einen daumen da mehr informationen gibt es natürlich wie immer in meinem video von heute morgen link finden sie unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal